Hey Freunde, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Frohe Weihnachten wünsche ich euch erstmal und heute zocken wir so als kleines Weihnachts-Special einfach mal Party-Royal. Das habe ich noch nie auf meinem Kanal gezockt, aber ja, jetzt seht ihr mich und puscheln, wie wir Party-Royal zocken. Wahrscheinlich werden alle Leute mich auslachen, weil ich so fett bin. Okay, direkt vor mir spawnen erstmal ein Schwarzer Ritter. Digger, ich spawne vor mir erstmal Schwarzer Ritter. Ey, wie bist du? Wie bist du? Ey, warte mal. Okay, ich spawne hier. Was geht was von Flex? Ab. Ich spawne den Skychub und der Flex mit allem, was ich auch am Start habe. Was wollen die beide jetzt von mir? Das kommt alleine. Das kommt alleine, oder? Was? Was? Ja, wirklich! Haha! Jau! Das ist ein Geisterquad. Das ist ein Geisterquad. Hey, was ist mit dem? Einfach GTA. Warum kommen immer alle zu mir? Wo ich so rummelig bin, Digger. Was ist mit der? Digger, warum ist Party Royale so versaut? Ich habe schon seit einem Jahr lang kein Party Royale mehr gespielt. Also seit der Veröffentlichung meines Kanals, das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her und noch länger. Seitdem ich ungefähr meinen PC habe und das war ja letztes Weihnachten, habe ich kein Party Royale mehr gespielt. Ich glaube auf dem PC noch nie. Okay, hier musste man immer den Boost aufladen und dann rein da in die Rolle. Hä, warum funktioniert der nicht mehr? Die Strecke ist einfach komplett cursed geworden. Was passiert da? Was passiert hier? Oh, Bro. Oh, der will mit mir einen Hack machen. Ja. Ihr kriegt eigentlich nur, wenn er ihn irgendwann aufweckt. Aber der kann ich nur nicht aufwecken. Oh, der ist so. Wie gut mag ich, der ist korrekt. Ja! Ja! Nein, oder? Oder? Ja doch! Er macht auch mit! Jooo! Er hat fürs Try einfach gleichzeitig geschockt. Komm, jetzt auch noch. Jooo! Digga, das ist so geil. Nein, ich guck, der ver... Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott. Hier ist einfach diese große Band. Oha! Boah ey, ich finde diese Grafik so geil hier gerade. So mit Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, ob es auf PS4 auch so ist. Aber auf meiner Aufnahme zumindest ist es so geil gerade. Mit der Spiegelung und so. Zwing mich nicht abzudrücken. Doch, mach. Drei. Zwei. Eins. Der fliegt einfach in der Luft, dieser Pümpel! Nein! Komm! Ab Gnade! Ab Gnade! Ab Gnade! Tschüss! Zum Glück hab ich einen... Er kommt wieder. Er kommt wieder! Er kommt wieder. Wie hab ich immer versucht darunter zu kommen? Schaffe ich das immer noch? Ja! Ich schaffe es immer noch. Geil! Moing. warte 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 ich angel dich warte ich angel dich hoch ja 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 ich hab dich hochgeangelt geil warte ich treff sie mit dem pümpel äh mit dem pümpel meine ich das ist die scheiße aus es sieht so scheiße aus guck mal hier ist mein pümpel hast du gesehen ja ich sehe ja ich hab sie getroffen mit meinem pümpel geil und minigame minigame 15 sekunden bestzeit das wollen wir ja und dieses minigame sollte dann mein endboss werden ihr seht selbst kommt es kleppen hier ja ja aber das hoffe ich nicht ich bin scheiße sowas aber volle kann ich wusste auch am anfang gar nicht wie das funktioniert deswegen weil ich wohl verkackt am anfang was man hier machen muss und dann aber dieses spiel wurde einfach zu sucht das wurde das wurde aber zu sucht weil ich unbedingt die bestzeit vom puscheltoppen wollte und ich habe gespielt 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 wie im casino irgendwann hat dann puschelt nochmal eine topzeit raus gehauen allerdings genau da wo ich dann seine eigentliche ursprüngliche topzeit geschlagen habe sieht dann einfach meine reaktion an sind gröchelt wo der Staat der war richtig gut ich würde neu strecken rekord aufgestellt acht und zehn Sekunden ich habe sie die Stine Achtung, 20 Sekunden muss jetzt schlagen. Statt 30. Ich schlafe jetzt einfach in meinem Bett. Ich schlafe jetzt hier einfach. Und irgendwann habe ich das Unmögliche möglich gemacht. Let's go. Was hast du denn? Okay. Okay. Ja! 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 Let's go! Let's go! Ja! Let's go! Ja! Let's go! Ja! Leute, ganz fest abonnieren und auf die Glocke drücken, Digga. Ganz, ganz dick. Leute, ganz dick auf die Glocke drücken und abonnieren. Für diesen Clip, Digga. Für diesen Clip, okay? Für diesen Clip. Macht es.